Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part, also ja, von Stonehold 2. Das wird mein gegensätzliches Projekt zu Stronghold Legends. Anscheinend haben Vogelfrei einem Dorf zugesetzt, Sire. Und wir spielen die Sim-Kampagne. Wir spielen den Botengang an die Grenzen des Gebiets. Die drei Edelmänner, die mir unterstellt sind, haben nur wenig gegen die zahlreichen Probleme dieses Landes getan. Eins noch, wenn ich euch das nächste Mal dabei erwische, wie ihr Geld zurückhaltet, knöpfe ich mir nicht nur eure Bücher vor. Ich habe schon eine Weile nichts von Sir Edwin gehört, doch man sagt, er habe sich darauf verlegt, die Bauernschaft umtribut zu nötigen. Sir Grey, ja, verbringt die meiste Zeit mit Schlaf. Was, was sagtet ihr? Oh, 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 oh. Und was Sir Wildemann angeht, wenn er nicht gerade auf einem Kreuzzug ist, verbringt er die meiste Zeit am Mitte, Lady Serrent, den Hofzimmer. Ich kann nur hoffen, dass ihr das Ruder herumreißen und einen Profit für die königliche Schatzkammer erwirtschaften könnt. Seit vielen Jahren schon fallen immer wieder Schiffe in den trügerischen Wassern dieser Küste anein. Eure erste Aufgabe wird es sein, ein Signalfeuer für die Schiffe zu errichten. Ich stelle Tom Simpkins, meinen altgedienten Informanten, in euren Dienst. Er wird euch zur Seite stehen. Ja, und herzlich willkommen zur Mission 1. Seid gegrüßt, mein Herr. Mein Name ist Simpkins. Willkommen auf eurer neuen Burg. Ja. Eure Beliebtheit singt. Mein Herr, ich habe ein paar Mönche entsandt, die sich um das Signalfeuer kümmern. Sie nehmen das benötigte Holz aus unserem Vorratslager. Ja, das mache ich nämlich auch so. Ja, ich werde immer euch noch in der vorherigen Folge die Bedingung, das Intro zeigen von der nächsten. Also der Vorspann und dann in der nächsten. Ja, halt nur mal weitermachen, weil ich auch speichern muss, weil du hier nicht einfach weiterspielen kannst. Mal, ich hoffe mal, was nötig ist für die nächste Kampagne. Oh. Diesen Monat wurde kein... Ein weiteres Schiff ist aufgrund gelaufen. Wir müssen das Signalfeuer schnell fertigstellen, bevor noch mehr ihr Leben lassen. Ja. Es wird nicht sehr lang die Aufnahme sein, aber ja. Ja, ja. Der Burgherr wird angegriffen. So, ja. Nur ein bisschen Zeit machen schon mal. Ein bisschen Zeit. Ja, so. Was gibt's zu dieser Mission zu sagen? Ja. Das ist eine reine Essensproduktion. Mission. Ja. Eure Beliebtheit steigt. Ja, und dann kommen wir halt immer wieder in die Richtung, drücken wir halt immer weiter vor. Wird halt auch immer schwieriger. Also, lass uns nichts da machen. Wenn ich nicht glaube, am ersten Mal schaffe, dann schaffe ich es halt beim zweiten Mal. Also, das wäre schon mal geschafft. Jetzt fehlt noch das Signalfeuer. Das ist aber jetzt auch schon fertig. Also, das ist recht gut. Mit der Zeit, ja. Und das war's dann eigentlich schon wieder für den Part. Ja. Ausgezeichnete Arbeit. Ihr habt der Wirtschaft unseres Landes einen großen Dienst geleistet. Nun, da ihr die Schifffahrt gesichert habt, kann ich euch mit edleren Aufgaben betrauen. Bald stehen die Ritterschläge an. Ich würde euch gerne zum Ritter schlagen. Doch zunächst müsst ihr lernen, wie ein Fürst zu leben. Tom Simkins wird euch alles Nötige beibringen. Ja, und bis morgen werden wir nämlich, ähm, ja, beidermachen. Spiel gespeichert mit der Mission 2. Also, tschüss.